problem gelöst meine fresse ist dieses dieser mod kacke die raste aus okay dann wird er der keller jetzt ein bisschen umstrukturiert ist mir jetzt aber rain ich weiß schon warum ich diesen mod nicht mag so warum habe ich eigentlich eine hohe cpu auslastung keine ahnung so was ist denn bitte jetzt neun mal vier sind doch 36 noch mal ein paar zinszahnräder und dann kann es auch direkt weitergehen mit dem besten mod der welt etwas mal ich finde ich meine du hast du schon eine klasse etwas mögen was was hat das wie man das macht weil ich den bug gefunden habe der irgendwie ziemlich blöd ist genau in dem moment verlässt mich der zweite person diese aufnahme bin ja noch so bei dir gut so also als erstes mal wieder eine gearbox aber jetzt ist natürlich das problem also eigentlich würde es ja schon gehen das ganze nach wie vor als zwei farme zu betreiben aber nicht so wie ich gerne hätte das heißt eingangen auf der einzelnen die vom auf der anderen seite die fahren was natürlich eher uncool ist weil ich weiß nicht ob ich jetzt für die neue art der farmen genug platz unten habe das wird sich jetzt erst noch zeigen habe ich noch die eine falltür die ich vorhin noch gecraftet gehabt habe ja hier und jetzt ist eine andere falltür das ist jetzt aber relativ egal so dann haben wir die hier und dann noch hier und zielger als mussten das glas ist so gut schön vater street du bist du so wie erst wenn wir die tonnen an sand aus meinem e system holen und so gut gut ich bin gut man hat schon fahren auch perfekt als die geringer sturm ich glaube mehr brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr meine baumfarm ist eher automatisch eine baumfarm ja genau dann muss ich jetzt mal hier den Sandschen herausholen ich muss gleich sogar ne Mal auf und sagen du hast irgendwas dummes vergessen ja ich hätte an meinen Mustfabricator vielleicht ne Barrel anschießen sollen ja vielleicht ja mach ich gleich noch hm 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 chod hm hm geh sagen ich nicht. Da pfuschen die sich nur gegenseitig in die Quere, glaube ich, oder? Obwohl eigentlich ja nicht. Aber ich muss da eine Wand dazwischen machen. Das heißt, ich müsste an einer Stelle die Wand eins nach hinten setzen. Das würde ich dann fast auf dieser Seite hier machen. Oh, wenn ich auf der Seite dann noch unter meinem Haus bin. Ah, cool. Aber ich brauche dafür mehr Sandsteine. Die Baumfarm wird nämlich wesentlich kleiner als die Dingensfarm. Denn die Baumfarm muss ja nicht, die Bäume brauchen ja zur Seite etwas Platz, wollte ich sagen. Und den Platz zur Seite, den muss ich ihnen natürlich auch irgendwie gewähren. Und deswegen sieht das dann etwas anders aus. So. So. Das Einzige, was ich jetzt hier ein bisschen schade finde, ist, dass man irgendwie keine bemalten Lampen machen kann. Ja, dass du halt quasi Lampen verstecken kannst. Also es gibt weder, es gibt kein beleuchtendes Glas oder halt sowas. Halt die Endio-Sachen fehlen. Endio könnte man natürlich auch noch drauf machen. Nee, da baut ja jeder noch Endio-Maschinen. Mir wird es nur um die Deko-Elemente gehen. Die kann man jetzt natürlich hier auch in etwas umständlich und halt nicht mehr genau das, was man eigentlich genau machen wollte. Kann man es schon so einigermaßen umgehen, aber halt zum Beispiel die Conduits sind einfach etwas zu OP von Endio-Ende. Da kann man nichts gegen sagen. Es ist einfach so. Deswegen bin ich da als eher... Fände ich es jetzt nicht so cool, wenn wir Endio draufhauen und den Mod davor nicht nerven. Weil ich aber keine Ahnung habe, wie man so ein Mod nerft, lasse ich dann lieber die Finger von. Weil davon abgesehen, dass wahrscheinlich die Hälfte eh keine Ahnung in wie man Mod nachträglich in Mod Pack reinfügt. Ich übrigens auch nicht. Gearbox. Ne, warte, die Gearbox. Setzen wir in dem Falle mal in die Mitte. Die Wasserzufuhr nach Bord. Und jetzt funktioniert es hoffentlich endlich mal. So, hier kommt die Wettstelle. Endlich. Warte mal. Ich glaube, wir können Monster spawnen, wenn ich das nicht solide mache. Was brauchen wir hier? Hier ist die Magie. Wasserleitung. Die leite ich am besten dann von dort unter. Gut. Boah, das geht sich genau um eine einzige Pipe aus. Gut, dann kommt schon mal Wasser hier unten an. Das ist jetzt schon mal ganz gut. Ich habe übrigens bei mir im Ressource-Pack Marvel etwas umtexturiert, sodass das jetzt bei mir einfach eine weiße Wand ist und nicht mehr diese schwarzen Flecken hat, die ich sehr hässlich finde. Ich denke mal, das geht klar, oder? Ja. Das geht schon mal. Ich glaube, das geht schon mal. Und dann kann ich hier auch noch mal was machen. Das geht schon mal. Aber das geht schon. Ich glaube, wir können hier auch noch weiterentwickeln. Farmen außer Prozent Stein Prozent steins um Außer Nahrung und Holz nicht müssen wir können jetzt auch gerade keine andere ein nicht noch für euch beziehungsweise halt wirklich dringend bräuchte die wirklich praktisches Fenster hast so die Wasserleitung steht auch wenn sie halt hier unten jetzt zwei Farmen bedienen muss aber das kriegen wir schon hin läuft es echt hier drinnen läuft es echt beim Reaktor läuft eh gut Batterie hat gleich viel strom wie heute morgen als ich angefangen habe was primär daran liegt dass Carpenter und Dingens am laufenden Bande viel zu viel strom verbrauchen wir brauchen einfach genauso viel wie mein Reaktor selber produziert ist ist es nicht weil wenn ich laufen habe ich keine Energie plus mehr das ist ziemlich blöd wenn du darüber nachdenkst dann ich bin ich bin das ich bin ich bin ich bin ich bin wir das zu ich bin einfach ick devi aber es h ist du Eher etwas blöde. Na gut, jetzt machen wir hier jetzt immer noch Stromkabel. Weil ich bei dem brauche noch nicht wirklich eine Ahnung, ob ich das jetzt am schicktesten anschließe. Okay, hier muss ich natürlich noch etwas zubauen. Sonst habe ich Hullengeräusche. Und die mag ich nicht. Gut. Das hat jetzt schon mal funktioniert. Ähm. Dab, 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 di dab. So. Äh, ich muss schon sagen, es ist echt faszinierend, äh, diese Löcher hier durchzubauen. Gut. Wo schließe ich denn am besten meinen Strom hier an? Also, ich habe hier eh die Wand. Das ist sogar... fast genau. Das ist irgendwie suboptimal, wenn ich das so mache. Hier ist ja der Gang. Man, ich muss jetzt auch noch planen, weißt du, wie doof das ist? Hm. Also, als erstes mal, äh, aus was soll ich überhaupt den Boden machen im Keller? Aus Quarz. Hm. Gar keine so schlechte Idee. Oder aus Basalt. Ich weiß nicht, ob ich auf Basalt schon die, denke ich schon die Decke machen will. An sich, ich könnte mit Quarz eine recht schöne Musterung eigentlich machen. die ich sehr gerne mache. Oder diesen, äh, Marble Basaltboden. Es gibt eine Marble Basaltboden oder so ein Schachbrett? Ja, dieses Schachbrett. Aber den... Wie craftet man ihn denn? Weiß es nicht. Aber den müsste ich halt erstmal umtexturieren, ne? Bei Marble 2 Basalt. Bei Marble 2 Basalt. So, 4 Eck. Ah, Marble Teil und Basalt Teil. Äh, macht Sinn. Ja. Hm. Ne, also, dadurch, dass meine Wände schon so schneeweißen, finde ich das, glaube ich, nicht so cool. So, so ein leicht gräulicher Boden wäre cool. Oh Gott. Nein, alter, doch nicht. Goll. Schäme dich für diese Aussage. Okay. Nein. Es soll schon schön aussehen. Ja, Mann, Glöcke. Alter. So viele die ist aber jetzt auch wieder nicht. Ich hab 5.000. Nicht nur 1.000. Wir könnten natürlich Command-Blöcke machen, ne? Command-Blöcke? Hm, sie sind bestimmt toll aus. Wie wird sie gehen da? Wie wird sie gehen da? Oh, wie kann ich denn von Raycraft diesen blöden blauen Stein herstellen? Der war voll toll. Eisboden. Aber den kann ich nicht machen. Das war so klar. Was ist denn bitte ein Karpinas-Koll-Koll-Koll-Labs-Sybel-Block? Ist das ein Explosions-Sicherer-Block oder was? Nein, nein. Aber wahrscheinlich schon. Ähm. Ähm. Nussens-Mikro-Blocks. Ähm. Ich kann sich aus Wien-Force-Stone... Dings-Craft uns für... Wien-Force-Stone? Wer könnte ich mir das Boden sogar fast vorstellen? Weil er ist halt sau teuer und den kannst du aktuell... Kann ich dir nicht mal herstellen. Was wiederum eine sehr blöde Sache ist. Sonst muss ich halt echt irgendwie auf Quarz gehen. Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Naja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, es gibt schon Schlimmeres, das stimmt schon, aber... Ähm. Wahrscheinlich... Äh. Ich mach jetzt einfach mal... Basalt-Brix. Ähm. Aber... Ich kann mir die an meinem Reifen... Ressource-Pack äh... Umtexturieren, sag ich jetzt mal. So. Wie lange war ich denn jetzt weg? Halbe Stunde? Ja. Bei Julien Meter ist ein Orko. Oder ich mach natürlich den Klassiker... übernehme Grafit-Waren. Wie das denn? Ja, es gibt Grafit-Blöcke. So. Die kannst du mit MC herstellen. Ich mein, mein Haus besteht an der Oberfläche tatsächlich... meine ganzen Garagentüren... oder sind alle aus... ähm... Ne, gar nicht. Die sind aus Basalt, oder? Ne, die sind auch aus Grafit-Blöcken. Ich habe alles aus Grafit-Blöcken gebaut. Von den... Türen her. Gut, dann bau das doch auch aus Grafit. Doch nicht den Fußboden. Ja. Ich mache jetzt einfach Basalt. Heißt Wurschtis. Da muss ich dann halt... äh... die kleinen... Basalt Bricks... die muss ich halt jetzt definitiv vorher noch umtexturieren. Also die werde ich jetzt erstmal verwenden. Allerdings haben wir hier noch eine Default-Textur. Und die werde ich dann mit der klassischen... Soatex-Textur für Basalt Bricks ausstatten. Der Tunnel ist fertig. Nice. Kannst jetzt mal an die Farmen schauen. Wenn du jetzt mal an die Farmen schaust... Ich habe nicht mehr denselben Error wie vorher. Vorher stand nämlich hier... Okay, jetzt muss ich halt noch Sturm anschließen. Aber wenn Sturm da ist... Sollte es dann jetzt funktionieren. Willst du hier komplett feiern? Wie? Ja, komm dann nach und nach meinen Fußbrunnen rein. Dann muss ich jetzt... Ein... dieses Mal... Das ist auch cool. Ja, ja. Weil ich die U-Texturieren... werde. Dann sieht das genauso aus wie bei Salzbrücken. Bitte was? Wo was? Wie man Salz bei mir aussieht? Achso, bei mir. Nein. Nein. Also diese Boxe will genauso aus wie bei Salz. Die ist mal bei Salzbricks. Ja, sie ist mal bei Salzbricks. Ja, sie sehen... Wenn wir so aus wie bei Salzbricks. Ja, sie sehen... Und wieso... Wie sehen da bei Salzbricks bei der Aus? Hä? Wie blöd ist das denn? Oder? Was ist denn normal? Oder? Ne. Weil der auch direkt oben in der Kiste. Aber das ist halt jetzt normaler Basalt an. Welcher denn? In der Kiste. Genau in der. In der Kiste. In der Kiste. Genau in der. In der Kiste. Das ist ja an sich schon mal gar nicht mal schlecht. Sondern eher gut. Also ich fände es gut. Und hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Specs drin. Und ich habe von Specs nur EZ-Industrie nachgepatcht. Da komme ich direkt rein. Ich will mal einen. Runter. Achso! Achso, 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 Creepern. Oh, voll. Achso nein. Achso nein. Ach übrigens, ah prm, Du hast dich ja in einer Folge gefragt. Warum, äh... Sowohl Henke als auch ich. Red matter furniture herstellen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe nur von Henke jede Menge red matter furnaces geschenkt bekommen. und weil die so einen hohen EMC-Wert haben, kannst du damit dein Table ganz gut aufbauen, kannst du deine Fliegel legen. Das ist alles, warum ich die habe. Ich habe... Generell, mir wurde in diesem Modpack irgendwie alles in den Arsch geschoben. Kannst du vielleicht schlafen gehen? Ja. Das wird toll. Weil ich habe einfach meine gesamte Redmatter-Armor einfach so geschenkt bekommen. Das muss ich dir mal vorstellen. selber erarbeitet. Ja, leider gemeint, wer wohnt eigentlich da in dem Haus mit dem großen Reaktor? Ja, ich. Ja, dem habe ich eine ganze Redmatter-Armor gegeben. Viel Spaß damit. Ich habe die abgelehnt. Ich wusste es halt erstmal gar nicht, dass es der mir die gegeben hat. Ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt aber bloß meine... Ich nenne es jetzt mal provisorische Form. So, hier kommt in die Leitung in den Boden rein. Und dann verknüpfe ich hier jetzt mal... und voll. Ha 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 ha. will weil sie händen das man sie sehen Prozent ach er die die Prozent der Elektro-Auswürdig oder elektronisch wir hatten den Schöne leckten heißt ich habe alle 16 durchgemacht also ja wie gesagt es ist so ewig her das habe ich in viele bis gleich das letzte mal gemacht ich glaube sogar dass ich das sogar in Tactic einmal gemacht habe weil ich glaube in Tactic hatte ich alles auf die Unwarned Machine von Industrial Craft gehabt wenn ich mich jetzt richtig erinnere kann mich natürlich auch täuschen aber ich meine wir hatten da ich hatte die Advanced Machine bei mir rumstehen ich meine konnte ich mir mit meinem Kraftwerk super leisten das hat immer einen konstanten Sturm produziert und mir fällt gerade auf obwohl also ich habe rausgefunden obwohl es alle Maschinen für eben jenes Kraftwerk gibt kann ich hier trotzdem nicht bauen weißt du auch warum das ist einfach so ne dermaßen Abfuck die vom Mod haben nämlich einfach bei dem Mod Remake haben die vergessen das ist ja auch Strom gebraucht hat für diese Maschinen und haben einfach in Blue Power haben die die ganzen Stromerzeugnismöglichkeiten von Red Power gar nicht rein gemacht das heißt jetzt quasi dass es nicht möglich ist Deployer oder so zu verwenden weil es kein Strom gibt kann man nur sagen well done Mod Entwickler da habt ihr gut gefällt weil ohne diese Features sage ich jetzt mal kann man die Mod eigentlich auch relativ vergessen weil die haben halt schon das macht schon einiges aus Retriever und Deployer damit konntest du automatisiert fucking Wassereimer befüllen damit kann man eine automatische OP-Farm machen automatische was äh so ne Kuhmaschine die mit den Milcheimern ne wobei die funktioniert doch eh nur mit Deployer ne Du brauchst Deployer und Retriever also ich dachte mal wenn man nämlich nur Deployer brauchen würde Geld in die Linie noch du brauchst eins um die gut zu melken und das andere um das aus dem anderen Ding rauszuholen äh solange du es nicht über Rohre rauspumpst könnte es mit einem Filter alleine auch funktionieren äh das ist nicht aber ich brauch die Farm auch nicht also warte aber die Kuh war doch so ne EMC Farm oder? richtig also nicht so ne OP wie die Blaze Farm deswegen hatte ich die erst überlegt ja die Blaze ist ja auch echt heftig wobei die von David war also die von Hanky war ja noch kranker ja da wär ich noch nie drauf gekommen ey ich wusste nicht mehr dass das geht also mit ich wäre da nie drauf gekommen alleine hätte das bei mir nicht gegeben weil ich gar nicht wusste dass sowas überhaupt geht mit diesen Brustplatten also wirklich das war da war ich schon ein bisschen Buff ich bin ja echt Ewigkeiten davor gestanden und hab überhaupt nicht verstanden wie diese Farm funktioniert ich bin jeden einzelnen Energy Kondenser nur kam einfach nicht drauf wie das funktionieren kann wo dann dieses EMC Gewinn ist wirklich nicht also keine Ahnung ich bin ja auch nicht so gut 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 ich bin ja auch nicht so gut